hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi beim neunfünfzigsten tag den 13.11 und wir sind positiv mehr siege als viele verluste zurzeit das ist ja gut und wir stehen wieder auf kurs zu 4000 mm also alles sieht gar nicht so schlecht aus für uns wieder und da geht es auch schon gleich um uns aber wir gucken was wir heute für einen gegner kriegen ob ich nicht wieder irgendein blende der nach keine ahnung und blödsinn schießt so gestartet wir spiel gegen terana in kermit der kermit heraner die trainer geht es eigentlich wenn man weiß wie man den harassment ein herbert außer man wird gechees wie beim letzten video von mit ansatz ist auch schlecht mit sich und habe ich ein bisschen falsch reagiert beim letzten video aber egal wir nehmen ja dann schöne zwanziger exe nehmen und versuchen so schnell wie möglich zu gehen schauen was der gegner macht ich stehe kommt raus scout ja normalerweise schon so wir nehmen kein gas wir suchen jetzt den anderen ja Die war aber am Ende zu viel. So, nehmen wir etwas Gas. Peilen. Tja, leider muss man zuerst den Stalker nehmen, da er zu viel scoutet mit seinem WBF. Ich habe den Stalker, leider muss man zuerst den Stalker nehmen. Was ist das, Riva? Wir sind heiß. Ich habe nicht gelüten Mineralien. Ich habe nicht gelüten Mineralien. Ich habe nicht gelüten Mineralien. Ich glaube, mein Stalker kommt da nicht früh genug an. Ein bisschen zu nerven, da wird der Bunker schon fertig sein. Wir können aber mal reingucken. Ich bin hier. Schaddi. Ihr habt nicht gelüten Mineralien. So. Und jetzt zwei Gates. Ihr habt nicht gelüten Mineralien. Und dann gemäß die Robo. Ihr habt nicht gelüten, wirst unsere Feinde unsere Wunsch spüren. Wie kalt ist die Ich-Win-Hier-In-Schatten. Schade, hätt' aber fast gekriegt. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht nur ein Pfeilung steht. Hm, ich hab' ein bisschen scheiße gebaut. Na ja, egal. Ihr müsst zusätzliche Pionnen bauen. Ihr habt nicht... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr sucht Führung... So, mal gucken, was er schönes hat. Flugabwehr. Unsere Schicksale sind vereint. Ich verstehe. Der Weg ist klar. Vier Marines. So, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Und wir haben viel zu wenig Gas. Und holen uns mal die dritte. Also, vier hat er einen Mineralien nicht gehabt. Das ging eigentlich noch. vor Ort. So. 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 Abfall! Das Zeit wird... Ihr müsst zusätzliche... Ihr habt nicht ge... Es ist vorherbestimmt. Die müssten wir eigentlich... Nee, der ist schneller als wir, oder? Eigentlich müsste man ihn kriegen. Die Sterne stehen gut. Extrapoliere Strenge. Wir gehen nicht... Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht geliehen! Ich bin hier, in die Schatten! Uhhh! Oh! Und da ihr? So, wir gucken, ob wir schon irgendwie eine Gate... äh, ja. Nun gut. Unbedingt mehr Kolosse. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Die dritte werden wir uns auch gleich holen. So, weil der zweite Kolosse draußen ist, greifen wir nochmal an. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Prismakern online. Ich bin hier. Moment. Prismakern online. Was ist das? Ich bin hier. Oh, wir schaffen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Fairer Dank, Choral. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. Shit. Ich habe zu wenig Gas. Wom mehr geht's. Der Angriff war auf jeden Fall nicht zu gut pralle. Obwohl, er hat seine ganzen Wirker verloren. Das war schon okay. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Sehr. Wir sind hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin hier. Und ich bin hier. boten. Wenn da... Ich bin Fabian. Ich bin hier. Ich bin bestimmt mein Leben für Arjur. Das ist neu. Upgrade durchgeführt. Wir sind ein. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euch? Ich bin ihr Sack. Ich bin die Stimme der Finstern. Wir bleiben. Was ist euch? Ich brauche unbedingt das jetzt hier. Was müsst ihr in einem Ende? Dann sind wir fertig. Wirklich? Kannst du nicht drücken. Mach. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Ich bin nur ein. Ich brauche mir viel mehr, viel mehr, viel mehr rein. Dafür muss ich noch etwas tun. ein Leben für Arjur na euer Denken ein Leben für Arjur so dienen ein Leben für Arjur unsere Gedanken für Arjur ich vernahm euch wirst unsere Feinde unsere Wicht spüren in Bescheid wir stellen uns der Dumpen es wird Geysir erschöpft ich bin der Dumpen lasst unsere Feinde unsere Wucht spüren Entaro der Kampfverschrung wird unser sein quatsch wird das wir sind das Licht der Karten euer Denken gleich dem wir stellen uns mit dem die 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 das lasst unsere Feinde unsere Wucht spüren das anstrengende spiel haben es gewonnen 5 mmh fehlen noch mit 4000 wieder gut hier eins ist gut da wissen wo die reise hingeht so würde sagen das reicht für heute ist es schon ziemlich spät für mich gerade wieder ich muss morgen extrem früh raus auf arbeit und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin tschüss euer mutti bär so das war es wieder mit der heutigen folge mit dem mutti bären starcraft 2 wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne daumen hoch machen wenn ihr uns noch nicht abonniert habt könnt ihr uns auch gerne abonnieren und ansonsten oben rechts habt ihr eine weitere folge und unten rechts gibt es dann ein anderes projekt und ich sagen noch einen schönen abend und bis zum nächsten mal euer mutti bär tschüss tschüss